... Merkel erneut mit den Ministerpräsidenten beraten. Laut Bild-Zeitung steht bereits ein Lockdown-Light für ganz Deutschland im Raum. ...Veranstaltungen sowie der Freizeit-Informateursport. ... Zahl der Neuinfektionen so in die Höhe geschossen, dass die städtische... ...Vice quickly flooded the city center. It was an unseasonably warm evening at at least six locations. The first reports came from near the city's main center. ... Deutschland fährt runter um den exponentiellen Anstieg der Corona-Virus und der US-Präsident selbst, der hat den Wahlkampf... ...Führung übernommen hat und das könnte jetzt natürlich eine ganze Menge... ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020